Musik Zum Im- und Export von und nach Übersee gehören unverzichtbar die Hafenanlagen an der Küste. Auch die Häfen an der Ostsee gehören zu den wichtigen Umschlagplätze. Wir haben für Sie Kiel, Lübeck, Puttgarden, Rostock, Sassnitz und Mokran bezogen. Ob nun Containertransport oder die Verschiffung von Eisenbahnfahrzeugen, wir zeigen Ihnen die Aufgaben in den deutschen Ostsee-Häfen. Bereitspurloks in Mokran oder alte und neue Rangierloks im Einsatz an der Hafenkante. In vielen historischen Szenen blicken wir zurück in alte Zeiten, als noch ganze Personenzüge verschifft wurden. Ein Film mit vielen Facetten. Laufzeit 58 Minuten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017